willkommen zurück im jahr 2017 also zurück ist vielleicht das falsche wort aber wir sind im jahr 2017 und alles neu macht das neue jahr wir sehen ich verwende wieder ein headset ich habe das mittels macgyver methoden gerettet dukt tape ja das macht alles gut irgendwie da nachdem das micro noch funktioniert hat und alles andere auch irgendwie funktioniert hat habe ich mir gedacht was soll's ich muss halt einfach zusammen bevor ich was neues kauf gut das heute wird mein erster upload ich war jetzt gerade sieben tage oder so weg weg meine ich irgendwo fernabjähriger zivilisation ich hatte kein internet das war wirklich schön ich hatte trotzdem einen computer ich habe ein bisschen was gespielt ja aber die meiste zeit waren wir eigentlich irgendwo unterwegs und haben so getan als wären wir ein siedler oder so ja im kino war ich auch ich habe mir rogue one angeschaut das heißt ihr könnt mich jetzt nicht mehr spoilern ihr elenden kinder ja und das war es eigentlich schon nein eigentlich war es nicht denn ich habe eine neue challenge für euch unter anderem habe ich zu weihnachten zwei comics zu pinkie and the brain oder von pinkie and the brain bekommen nein zwei comics über pinkie and the brain ihr kennt pinkie and the brain der pinkie der pinkie and the brain 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 ja kennt ihr wenn ihr es nicht kennt schaut es euch an youtube ist voll mit dem zeug oder burning series oder was weiß nicht was an dieser stelle habe ich nicht auf diese piraten plattform verwiesen ja auf jeden fall ihr kennt pinkie and the brain und wenn ihr es nicht kennt habt ihr es euch jetzt angesehen und jetzt wisst ihr worum es geht die versuchen die welt zu erobern und um ehrlich zu sein das ist eigentlich ein plan der recht genial ist und den wir als lebewesen auch machen sollten denn wenn die welt von so jemanden wie mir regiert werden würde dann wäre alles viel besser und daher die challenge an euch ihr müsst mir möglichst kreative und gute möglichkeiten posten wie man die welt oder zumindest einen teil der welt erobern kann oder unter seine kontrolle bringen kann dieser weg sollte möglichst kreativ sein und möglichst auf eine art und weise dass man nicht allzu viel geld ausgeben muss was meine ich mit möglichst kreativ ich lasse nicht gelten wenn ihr sagt ich schleiche mich ins atomwaffen arsenal der vereinigten staaten und städte dort ein paar interkontinental raketen bestückt mit nuklearspreng kopf köpfen nicht kopfen köpfen das ist nicht kreativ außerdem ist es so teuer wer von euch schon jemals eine internet kontinental rakete im rucksack hatte weiß die sind nicht einfach zu tragen das kostet geld für bagger und zeug um das zeug zu transportieren gut diejenigen die mir die besten vorschläge schicken werden natürlich wie immer beim nächsten mal erwähnt gut ich glaube das war's ich wünsche euch noch viel spaß ich mache jetzt mit victoria 2 weiter und vielleicht poste ich irgendwann mal noch ein zweites spiel auch ich habe jetzt ein paar andere sachen auch noch aufgenommen weiß ich noch nicht so genau ich bin ein bisschen unschlüssig es gibt kaum spiele die ich wirklich so gerne durchspiele naja bis dann tschüss euch willkommen zurück zu meinem let's play victoria 2 mit österreich und dieses mal sind wir nicht österreich sondern tatsächlich sind wir österreich ungarn in der letzten folge hat es italien geschafft tatsächlich endlich italien zu werden was ich persönlich ganz ganz mies und widerlich von ihnen finde weil ich jetzt noch einen relativ starken nachbarn dieses mal an der südseite habe ich habe das gerade angeschaut aber immerhin habe ich einen großen vorteil italien ist stark genug um die osmanen aus dem top 8 zu werfen das heißt die osmanen werden dort nicht bleiben und wir werden einfach anfangen die italiener mit freundlichen worten zu umschmeicheln und unsere na wie heißt das wir versuchen einfach dass er uns mag genauso wie mit mit russland die mögen uns auch und greifen uns deswegen nicht an vielleicht schaffen wir das mit italien auch schauen wir mal wir müssen auf über 100 kommen dann keine kriegsgründe haben so viel er will das würde nicht reichen und er wird am anfang noch nichts nicht angreifen weil am anfang hat er noch keine verbündeten aber ich sehr viele das heißt vielleicht schaffen wir es ihm mal bezüglich seiner freundschaft uns gegenüber auf über 100 zu bringen dann kann uns nicht mehr angreifen und dann haben wir kein problem und selbst wenn uns angreifen und dann greift uns halt an wir werden das schon schaffen irgendwie gut ja antirationalismus ist auch noch kurz davor erforscht zu werden von uns das wird was ganz was tolles ok jörg jetzt bald mit dieser armee fertig wenn wir fertig sind schicken wir sie nach panama haben wir gesagt es fehlt noch eine truppe wo auch immer die ist sie wird gleich da sein das kartellrecht verbessert unsere steuereffizienz so was haben wir da kolumbien hat die bedingungen zu uns verbessert noch gut sachsen hat mit württemberg das ist gut frankreich deutschland württemberg zu uns verbessert oh kann es sein dass wir durch österreich ungarn mit jedem wieder auf null sind na super nicht nur mit jedem auf null wir sind mit frankreich sogar im negativen bereich mit deutschland sind wir auf 14 jetzt und wir haben auch keine bündnisse mehr mit frankreich und auch mit japan ja sehr gut und mit russland ja wir haben kein bündnis mit russland ja das hatten wir aber nie ach mist man muss dann verbessern mhm großbritannien ebenfalls äh das österreich ungarn hätten wir nicht tun sollen mist wenn ich das gewusst hätte ach weh ach weh ach weh das war nicht klug na gut soll sein mit deutschland deutschland wird uns sowieso hassen bald wieder hm miss dass wir kein bündnis mehr mit frankreich haben ist das schlimmste frankreich wäre schon sehr schön ein bündnis zu haben ach weh wir müssen mit frankreich die beziehung verbessern aber wir müssen es auch mit italien machen hm nicht dass die ein bündnis mit frankreich kriegen bevor wir noch irgendwas ok china verliert weitere gebiete oh tibet ist unabhängig geworden wieso das und rebellen besetzen indien das ist ja cool und zwar ganz indien fast es könnte indien entstehen wenn die briten nicht bald was dagegen tun ich fürchte sie tun da eh schon was dagegen das wäre natürlich schon cool britische kommunisten äh keine nationalisten sondern nur kommunisten das heißt es wird nichts passieren die kommunisten müssten london besetzen naja kann man nichts machen kann man nichts machen so antirationalismus hurra so was machen wir als nächstes massenkultur und avant garde mehr prestige soziale verstimmung massenpolitik auch noch ein zusätzlicher nationaler fokus das wäre super außerdem werden die ganzen rebellen schwächer außer die faschistischen verhaltensforschung hm verhaltensforschung ja unter mir sollten wir auch plan massenpolitik wäre schon was sehr cooles das wäre auch nicht schlecht für mehr prestige für mehr prestige mehr prestige nein nationaler fokus oder oder in die armee investieren da könnten wir panzer bauen das ist ja auch nicht schlecht das verbessert meine leute schon sehr stark und zwar wirklich sehr stark auch nicht so wichtig auch nicht schlecht endlich das repetiergewehr ist schon nicht schlecht das ist auch nicht schlecht wegen dem gasangriff was für gewaltige entscheidungen panzer gasangriff oder repetiergewehr oder vielleicht stromgenerator stromgenerator wäre schon nicht schlecht oder massenpolitik oder verhaltensforschung bildungseffizienz plus 25% hm massenpolitik und aus mit 63 das müsste ich in einem jahr locker ausgehen ja genau in einem jahr circa na gut ja zumindest haben wir wenigstens was mit unserem diplomaten zu tun hervorragend du gehst nach triest du gehst nach triest du gehst nach triest hm griechenland bietet uns auf ihrer seite aktuellen konflikt zu unterstützen hm das problem ist ich würde sie gerne unterstützen aber aber wir haben jetzt weder frankreich auf unserer seite noch deutschland hm nein ich muss das ablehnen ein internationaler konflikt ja wir sind daran interessiert russland ist auf ihrer seite frankreich und großbritannien sind noch immer nicht da dafür wir unterstützen das osmanische reich hm das könnten wir riskieren könnten wir das riskieren wir unterstützen russland wir unterstützen russland das riskieren wir und es ist sehr wahrscheinlich dass sie nicht es ist sehr wahrscheinlich dass da ein krieg entstehen kann das wäre nicht schlecht Deutschland mal richtig zu demütigen wieder wäre sehr sehr wichtig ich hoffe nur italien kommt nicht auf die absurde idee und fängt an mich an zu greifen während ich dagegen die wahnsinnigen kämpfe und ich bräuchte keine angst um meine verbündeten haben die derzeit ziemlich hinüber sind weil sie wären nicht im krieg dabei hm das war weiß ich nicht ob es eine kluge idee war aber auf jeden fall war es eine interessante idee außerdem wollen wir das äh dass sie ostmazedonien erobern ich will ein schwaches osmanisches reich haben ich will ein starkes griechenland haben eigentlich alles was ich will hm und bis das zum krieg kommt können wir noch immer ein paar sachen ändern so ihr fahrts nach Panama und hier gebt mir doch bitte sie werden nicht akzeptieren wir sehen was jetzt noch mehr auf der seite das waren so die nennen wir erst die überseetransportflotte oder? hier ist die zweite transportflotte transportflotte du kriegst auch einen typen mit einem der gut in der verteidigung ist weil angreifen werde ich mit euch sicher nicht schauen wir mal was passiert Russland und ich gegen diese zwei Wappler, das heißt, wir werden den einmal nach Deutsche Krone schicken, da wir da die Front voll haben, na, liegt nichts, na, da bleibst du da stehen, du gehst dafür, da nach Ukowa, und du nach Shishak, und du gehst zur Abschreckung nach Süden, und du gehst auch eins weiter nach Süden, gut, warten wir auf, was passiert, wir können noch die Partei ernennen, das ist gut, das heißt, wir können noch, wenn es sein muss, die Reaktionären an die Macht bringen, um unsere Stärke zu verbessern. Hey, das ist aber einfach gegangen. Sehr gut. Hätten wir gar nicht die Drohgebärden machen müssen. So, du gehst da her wieder, du bleibst da, du gehst da her, du gehst wieder da her, du bleibst in Talanov, du bleibst in Opel. Na, das nenne ich mal einen guten Konflikt, oder einen guten Ausgang von einem Konflikt, mal abgesehen davon, dass die Osmani jetzt noch mehr gedemütigt wurden, wurden auch die Deutschen, haben mich gedemütigt, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Frankreich, Beziehungen verbessern, kann man schon Frankreich, das könnt ihr auch. Ja, das ist ja gut. Ja. Amen. Mhm. Miebelismus und der Wille. Die Grundlagen für den philosophischen Trend des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, sich von der Betonung auf die menschliche Rationalität zu entfernen, wurden durch eine Erneuerung des Interesses einiger Philosophen und Minimalismus geschaffen, der Zurückweisung des Gedankens, dass das Leben des einzelnen Universums im großen Gefüge des Universums auch nur die geringste Bedeutung hat. Das ist gut, da sollten sich meine Arbeit endlich in den Sinn wenden, dass das, was sie tun, vollkommen bedeutungslos ist. Das Einzige, wozu sie da sind, ist, dem großen Ganzen zu dienen. Tja, immerhin, 4,1 Prestigepunkte. Die Ersten am Pool, schon wieder. Ja, wir stellen eine Expedition auf. Wie oft soll ich denn das noch machen? Mist. Hervorragend. Ja, okay, machen wir das. Ach ja. Hervorragend. Ah, Kommunisten. Ärgerlich. Was machen die jetzt? Gehren doch Geld aus für meine Truppen. Das schaut jetzt nicht so großartig aus, was ihr da habt. 40.000, das ist das größte Kontingent, was ich da sehe. Das ist jetzt nicht gerade so. Ah, da ist nochmal 40.000. Und... Mmh. Mhm. Okay. 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 Was ist das? Mehr Kommunisten sind da nicht. Tja. Gibt es da irgendwelche Kommunisten? Tatsache. So mächtig sind die da bei mir eh nicht. Gott sei Dank. Warte mal. Ich sehe welche Leute zum Rekrutieren. Nö. Na gut. So. Ruderpest hat gewonnen. das viele. Um. Mhm. Uhh. Mhm. 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 Amen. Amen. Was soll das mit dem Bündnis eigentlich dann auch klappen? Wir haben einen Wahlkampf, hurra, wie toll, naja, was gibt's Schlimmeres. Mitten während der Revolution. Mhm. Konkursverfahren war auch nicht schlecht. Zum, ta-dum, ta-dum. Mhm. 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 Gut, was wollen wir, wir wollen, wir wollen, das ist schwer zu sagen, was wir wollen, wir wollen die Sozialdemokraten, aber auch, wir wollen einerseits die Sozialdemokraten wegen ihrer Wirtschaftspolitik, wir wollen die Konservativen wegen ihrer Militärpolitik und die wegen ihrer Handels- und ihrer Menschenrechtspolitik. Mit keinem von den drei kann ich leben, das ist sehr ärgerlich, naja, bleiben wir halt bei den Liberalen, was soll's, 30% mehr von, gut, Freihandel. So, apropos, wir können da jetzt ja durch, das könnten wir mal ausprobieren, wie das funktioniert, das kann ich mir dann auch ein Bündnis anbieten, ich habe zumindest mal eines da. Was ist das für Münzner, das ist in der Schweiz, das ist mir wurscht. So. Gut, da sind wir nicht mehr lange da drinnen, das ist mir wurscht, da kommt ein Italien rein. Sonst ist es ärgerlich, weil Quantentheorie Die dramatische Wissenserweiterung im 19. Jahrhundert führte zur Hinterfragung des rationalen Modells der grundlegenden Strukturen des Universums, das im späten 17. Jahrhundert mit der Arbeit von Isaac Newton seinen Höhepunkt erreicht hatte. Hm? Hört ihr? Keine analoge Welt, sondern wir begeben uns in eine digitale Welt. Während die wissenschaftliche Ausrüstung immer präziser wurden, führten Diskrepanzen bei den Modellen atomaren Verhaltens, wie sie im 19. Jahrhundert verstanden wurden, zu weiteren Erforschungen der Natur atomarer Partikel und ihrer Interaktion mit Kräften wie Energie. Als Ergebnis der Arbeit von Physikern wie Albert Einstein und Werner Heisenberg wurde die Vorstellung, Menschen könnten die grundlegenden Strukturen des Universums präzise entschlüsseln, als falsch bewiesen. Man schlug einen alternativen Ansatz vor, der besagte, dass es in der Struktur und im Verhalten von atomaren Partikeln unberechenbare Elemente gab. Obwohl dies ein großer Fortschritt des menschlichen Wissens um die grundlegenden Strukturen der Materie war, erschütterte die Betonung auf die Zufälligkeit mancher natürlicher Elemente, dem viktorianischen Glauben an die Fähigkeit der Menschheit, die Natur vollständig zu begreifen, in seinen Grundfesten und stärkte die Ansicht, dass die Welt tatsächlich nicht auf vollständig rationalen Verhalten und Vermutungen gebaut war. Hm. Wir haben es aber nicht allzu früh entdeckt, deswegen nur plus 3,1 Prestige, aber plus 3,1 Prestige ist plus 3,1 Prestige. Gut, in Lemberg sind wir mit irgendeiner Truppe auch angekommen. Hm. Ihr könntet so ruhig versuchen, freundlich mir gegenüber zu werden, alle miteinander. Ja, Russland muss ich auch auf 100 bringen. Wieder, ich mag nicht, dass mich die angreifen können. Super. So, in Sachsen werden wir jetzt einmal den Botschafter von Deutschland auslesen, als erstes. Griechenland. Hm. Ich sehe, wir rufen Frankreich. Ist auch schon wurscht jetzt. In Württemberg, aber niemanden. In Bayern senden wir die Mehrung auf in Deutschland. Baden. Mhm. Pro Militär. Das sind die Konservativen und die Radikalen. Die Radikalen werden super eigentlich. Aber ich fürchte, das wird's nicht spielen. Weil die Liberalen einfach zu stark sind. Griechenland wieder entbunden ist. Dann nehmen wir doch glatt an. Sobald die Osmanen da rausgeflogen sind, das ist eh aus mit denen. Dann kümmern wir uns drum, dass Griechenland sein gesamtes Gebiet zurückkriegt. Zumindest einmal das. Na, das ist Albanien. Das kriegen sie nicht. Aber da. Westmazedonien. Thessalien. All diese Gebiete. Thrakien. Das gehört ihnen, glaube ich, nicht wirklich. Ja, Kernprovinz Türkei. Schauen wir mal, ob wir das Osmanische Reich auseinandernehmen können, wenn wir schon nicht verhindern konnten, dass Italien entsteht. Wir sind noch immer Erster. Das finde ich bedeutsam gut. Und das, obwohl wir jetzt so einen Blödsinn gemacht haben mit Österreich, Ungarn. Naja, gut. Das Reich wird sich auch erholen. Was hat sie gemacht? Die einen hat sie besiegt und die andere nicht? Hm. Nein, kein Pazifismus. Die werden hauptsächlich gegen Barbaren kämpfen. Äh, Rebellen. Was so ziemlich das gleiche ist. Dann nehmen wir den Württemberg. Nichts zu. Großartiges. Großartiges. Kroatischer Aufstand. Wir werden sie hier bekämpfen. Minus 1% Bevölkerung in Shishak und 4 Militants. Treibt es auseinander. Warum sollte ich das nehmen? Erstens sinkt die Bevölkerung und zweitens steigt die Militanz viel stärker. Mal abgesehen davon, dass es hier nur in Shishak ist und hier ganz Kroatien. Ah, deswegen. Da betrifft es ganz Kroatien. Das heißt, die Militanz steckt doch mehr. Hm. Na gut, wurscht. Quartzen ist ein untergeordneter kleiner Punkt in Österreich. Wenig Bevölkerung. Hm. Protektionismus. Oder Freihandel. Freihandel. So, schauen wir mal. Gjör hat noch den Punkt. Wollen wir vielleicht noch eine Armee? Oh, ich sehe gerade, wir haben schon 36 Minuten hinter uns. Herrschaften. Ich werde diese Armee in der Pause machen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gesund und was Schönes. Bis bald.